Hallo zusammen, die Dolomiten habe ich schon lange auf meiner Liste. Auf dem Weg von Venedig zurück in die Schweiz wollte ich unbedingt bei den drei Zinnen vorbeischauen und auf dem wunderschönen Caravan Park Sechsten übernachten. Ja, dieser Campingplatz hat es mir sehr angetan und nun wollte ich ihn sehen. Hier ist Natur pur. Es muss wunderschön sein, hier zu wandern, dachte ich beim Rumschlender durch den Park. Einfach ein Traum hier. Bei Ankunft konnte ich die Sechsner Dolomiten sehen. Wie schön müssen wohl die drei Zinnen sein, wenn schon diese Dolomiten so wunderschön ausschauen. Nun führe ich euch gerne über den Platz. Es hat alles, was das Herz begehrt. Camping, Clamping und auch ein Hotel. Ich bin auf den Aussichtsturm gestiegen, damit ich mir einen guten Überblick verschaffen konnte. Es hat noch gut Platz Ende Mai. Für Durchreisende gibt es auch einen Stellplatz. Hier kann man bis maximal 72 Stunden übernachten. Die Baumhäuser sind genial. In einem dieser aussergewöhnlichen Refugien würde ich schon gerne mal zu zweit übernachten. Es gibt sogar Ausführungen mit Erlebnisdusche, Whirlpool und Sauna. Wie schön. Und da steht der Berner Bulli. Kaum hatte ich Tisch und Stuhl draussen, kam heftiger Regen. Das Hauptgebäude mit der Rezeption und dem Restaurant. Im Caravan Park Sechsten ist man vom ersten Moment weg zu Hause. Musik Und da steht der Berner Brunzi. Einen kleinen Eindruck vom Fine Dining möchte ich euch schon mitgeben. Und nun zu den Sanitäranlagen und den Badezimmern. Insgesamt gibt es drei Einrichtungen für Sanitäranlagen, das Waldbad, das romantische Bauernbad und das Kristallbad. Zwei davon zeige ich euch. Wie auf vielen Luxuscampings kann auch hier ein Privatbadezimmer dazugemütet werden. Gerade das Bauernbad schafft es die Romantik ländlicher Tradition mit zeitgemässerem Komfort zu verschmerzen. Ich als Romantiker bin das super gut aufgehoben. Schaut euch das mal an, einfach wunderschön. Ich bin ja wieder zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Shop Gams Platzel Ein so grosser Shop mit frischen regionalen Lebensmitteln, einem tollen Weinkeller, Campingartikel, Sport und Bekleidung und viel Souvenirs Das habe ich noch auf keinem Campingplatz so gesehen, einfach genial Und nun zum Wellness Ein 5 Sterne Wellness, wunderschön Eine eigene Dimension der Erholung Hier spürt man förmlich die Kraft der Elemente und man kann so richtig auftanken Der Caravan Park Sechsen ist wirklich wunderschön Ich freue mich schon, wenn ich diesen bei schönerem Wetter etwas länger geissen kann Denn da gibt es noch ganz viel zu entdecken Ich danke euch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video Tschau zusammen